Willkommen zu unserem Video Methodentipps für jedes Fach, Wortschatz, Lesen, Schreiben im Fachunterricht und ein paar Grundprinzipien des sprachsensiblen und sprachbewussten Unterrichts. Mein Name ist Robert Riegler und mein Name ist Stefan Lamprechter. Wir reden heute über den sprachbewussten, sprachsensiblen Unterricht. Was versteht man darunter? Der sprachsensible Unterricht ist die Akzeptanz, dass jeder Unterricht auch Sprachunterricht ist. Es bedeutet, dass die Sprache in jedem Fach auch gefördert werden soll und wie schaffe ich das? Indem ich Methoden und Werkzeuge einsetze, wir nennen sie auch teilweise Methoden Werkzeuge, die den Unterricht fördern sollen, die Sprache im Unterricht fördern sollen. Im Laufe dieses Videos werden sie einige dieser Methoden auch kennenlernen. Der sprachbewusste Unterricht ist vor allem auch der Versuch, mehr Chancengerechtigkeit zu bringen. Unsere Schüler und Schülerinnen haben teilweise ganz, ganz unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen und da reden wir nicht nur von Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, sondern unsere Schüler und Schülerinnen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich auch in ihren sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und dementsprechend versuchen wir mit diesem Unterricht auch ihnen zumindest eine Chance zu geben, ihre Kompetenz noch tatsächlich zu verbessern und zu erreichen. Ja, wie wird sich das Video inhaltlich gliedern? Wir wollen zuerst etwas zum Thema Wortschatz sagen, zum Thema Fachsprache im Unterricht. Dann wollen wir mit ein paar Übungen und Übungsvorschlägen zum Thema Lesen weitergehen und abschließend möchten wir unser Video mit ein paar Tipps zu Methoden zum Thema schreiben. Wortschatz. In all unseren Fächern ist das Fachvokabular ein ganz zentraler Punkt. Robert und ich haben schon viele Vorträge, viele Seminare gehalten, wo wir auch Kolleginnen zum Beispiel gegenseitig Fachvokabular abfragen lassen. Und das war die meisten sehr, sehr erstaunt, wie selbstverständlich wir unser Fachvokabular in unserem Fach nehmen und wie schlecht wir oft beim Fachvokabular in anderen Fächern sind. Und genau dieses Erlebnis haben die Schüler und Schülerinnen natürlich jede Stunde und der Wortschatz ist für sie dementsprechend eine große Herausforderung. Ich möchte deswegen mit einer kurzen Schätzfrage starten. Was glauben Sie? Der notwendige Wortschatz, wenn wir eine Boulevardzeitung lesen wollen, beläuft sich auf wie viele Wörter circa? Und wie schaut es dann aus, wenn man eine Qualitätszeitung lesen möchte, wie zum Beispiel die Zeit, den Standard, die Presse? Für die Boulevardzeitung reichen schon an die 400 bis 500 Wörter, wohingegen ich für eine Qualitätszeitung tatsächlich schon ein Wortschatz von 4 bis 5000 Wörter benötige. Und das zeigt auch die Herausforderung, die unsere Schüler und Schülerinnen jedes Mal haben für jedes Fach und die sie dann im Unterricht natürlich auch dementsprechend behandeln müssen. Fluviatile Grundwasserregime. Warum steht das hier? Das ist eines der Begriffe, die ich aus dem Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht aus meiner Schulzeit mitgenommen habe. Nicht, weil es ein zentraler Begriff wäre, sondern weil es eine Geschichte dazu gibt. Unser Geografielehrer wollte uns einmal zeigen, wie wichtig Fachsprache ist, wie schwierig Texte auf der Uni sind und hat uns diesen Text lesen gelassen. Und diese Fluviatilen Grundwasserregime sind uns so eingeprägt worden. Warum? Weil wir sie lustig gefunden haben. Wir haben Scherze darüber gemacht. Wir haben es regelmäßig im Unterricht als Antwort gesagt. Immer wenn eine schwierige Frage war, haben wir sicherheitshalber Fluviatile Grundwasserregime gegeben als Antwort. Wir haben es mit einer Emotion abgespeichert und wir haben es ganz häufig wiederholt. Und das ist einer der Begriffe, an den ich mich bis heute erinnern kann, obwohl er alles andere als ein zentraler Begriff ist. Was kann man aus dieser Geschichte lernen? Wie kann ich Fachvokabular für Schüler und Schülerinnen besser greifbar machen, besser abspeichbar machen? Man startet einmal damit, dass man sich überlegt, wie kann ich Begriffe methodisch gut einführen? Das kann ganz simpel sein, wie zum Beispiel durch eine Mindmap. Wir sehen hier eine Mindmap zum Geschäftsbrief, wo es verschiedene Strukturen schon gibt und Fachvokabular schon in gewissen Bereichen angeordnet worden ist. Das hat den Vorteil, dass ich mir diese Begriffe auch gleichzeitig optisch abspeichere und nicht nur den Begriff an sich lerne. Eine andere Möglichkeit ist hier klassisch eine Wortliste mit einer Zuordnung. Wir haben das Beispiel aus Deutschland zu einer mittelalterlichen Burg. Ich habe eine Liste mit Fachbegriffen wie Graben, Äußeres Tor oder Zwinger. Nur sind diese Fachbegriffe gleichzeitig auch im Bild dargestellt. Und ich habe diese zwei Ebenen, eine grafische und eine sprachliche Ebene, die hier beides beliefern, die hier beides unterstützen und Schüler und Schülerinnen somit bessere Chancen gibt, das Ganze auch besser abzuspeichern. Was bei diesem Beispiel auch spannend ist, dass der Artikel dabei ist und die Mehrzahl, gerade auch Schüler und Schülerinnen mit deutscher Zweitsprache haben hier große Schwierigkeiten und können mit dieser Angabe das Vokabel besser auch einsetzen. Und das ist eines der Ziele, die wir uns ja auch stellen, dass sie nicht nur das Vokabel können, sondern das Vokabel tatsächlich dann auch richtig anwenden können in einem Satz. Eine zentrale Möglichkeit, Vokabular gut abzuspeichern, sind Interesse und Emotionen von Lernenden. Natürlich kann ich das nicht bei jedem einzelnen Vokabel garantieren, aber ich kann im Unterricht ein paar Punkte einbauen, um das zu fördern. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Unwort des Tages. Sie können zum Beispiel das Video stoppen und sich überlegen, was war bisher das schlimmste, furchtbarste Vokabel, das wir gehört haben. Und eine kleine Abstimmung tätigen. Sie können ziemlich sicher sein, dass dieses Vokabel hängen bleibt. Das kann man in jeder Stunde machen, in den letzten zwei Minuten. Ich wähle das Unwort des Tages. Ich besetze es mit einer Emotion, es wird ein bisschen gelacht und die Schüler und Schülerinnen werden sich nächste Stunde an dieses Wort erinnern. Ganz was ähnliches passiert zum Beispiel bei Tabu oder Activity. Tabu bedeutet, ich erkläre einen Begriff für einen anderen, ohne den Begriff selbst zu nennen. Wir kennen die Situationen, wir lachen, es kommen ganz lustige Definitionen heraus und die Schüler und Schülerinnen werden diesen Begriff wiederum auch für eine längere Zeit abspeichern. Bei Activity funktioniert es ähnlich. Ich mache es pantomimisch oder ich zeichne einen Begriff auch darum wieder. Es gibt einen kleinen Wettbewerbscharakter und beide dieser Dinge benötigen praktisch keine Vorbereitung. Alles was ich brauche ist ein Zettel und ich schreibe einen Fachbegriff drauf und man kann das im Prinzip schon starten. Bietet sich am Ende von Stunden an, bietet sich ein Stundeneinstieg an oder zur Auflockerung zwischendurch. Eine etwas vielleicht nicht ganz so bekannte Methode, das Bingo. Die Bingo Karten kennen Sie wahrscheinlich. Das System bedeutet, das System funktioniert dermaßen, dass die Person, die als erstes eine Linie, eine Reihe, Entschuldigung eine Spalte, eine Reihe oder eine Diagonale hat, Bingo schreien darf und damit gewinnt. Nur, dass wir hier keine Zahlen einsetzen, sondern Fachbegriffe. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen konzentrieren sich die ganze Stunde darauf, diese Fachbegriffe zu hören und sobald sie diese Fachbegriffe in der richtigen Reihenfolge haben, dürfen sie Bingo schreien. Ich erzeuge damit wiederum einen kleinen Wettbewerbscharakter. Es ist eine Art von kleiner Gamification Effekt und die Schüler und Schülerinnen konzentrieren sich gezielt auf genau das, was ich haben möchte, nämlich das Fachvokabular. Apropos, man kann diese auf der Seite My Free Bingo Cards leicht erstellen. Sie finden die Links dann ganz am Ende des Videos. Eine weniger bekannte Variante ist auch das Trimino. Das Trimino ist eine Abwandlung des Dominos. Ich habe einen Begriff, eine Definition oder zum Beispiel eine chemische Formel. Es könnte auch eine Abkürzung sein. Ganze Sätze bieten sich hier weniger an, einfach wegen dem fehlenden Raum. Aber die Schüler und Schülerinnen haben die Aufgabe, dann diese drei Seiten des Triminoes richtig zuzuordnen. Und es bilden sich dann ganz unterschiedliche Formen wie Sterne oder hier zum Beispiel das Dreieck. Auch das über eine Homepage ganz leicht selbst zu erstellen. Ich brauche nur eine Wortliste und dann funktioniert das schon. Und die Schüler und Schülerinnen machen das zum Beispiel im Team. Sie machen es drei, vier Mal hintereinander. Ich zeichne die schnellsten Teams aus. Sie reden miteinander. Sie diskutieren darüber. Und das Vokabular wird wiederholt und gleichzeitig auch besser abgespeichert. Durch diese Emotionen, durch diesen Gamification Aspekt. Wobei wir jetzt zum Bereich der Wiederholung vor allem auch kommen. Ein wesentlicher Faktor der Wortschatzaneignung ist die häufige Rezeption und Reproduktion. Was bedeutet das? Das bedeutet die Wiederaufnahme in verschiedenen Kontexten. Das kann zum Beispiel sein ein Hörbeispiel, ein Lesebeispiel. Es können verschiedene Übungen sein, die die Schülerinnen und Schüler erfüllen müssen. Reproduktion bedeutet das Üben und Wiederholen in verschiedenen Kontexten. Vor allem ganz wichtig immer in ganzen Sätzen, mündlich oder schriftlich. Das Festigen und Anwenden ganz, ganz wesentlich und für Wiederholungen gut geeignet sind natürlich digitale Anwendungen. Hier haben wir ein paar digitale Anwendungen herausgegriffen. Hier finden wir unter anderem Learning Apps. Was sind Learning Apps? Das sind verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel zum Zuordnen, zum Kategorisieren, ein Bild beschriften, ein Bild, das man auch selbst erstellen kann. Lückentexte oder auch Quizzes im Format zum Beispiel von einem Millionenquiz mit vier Antwortmöglichkeiten. Es gibt bereits vorgefertigte Übungen und man kann diese Übungen dann auch als Vorlage verwenden, um damit dann seine eigenen Anwendungen zu erstellen. Eine weitere hilfreiche Anwendung ist Quizlet. Was ist Quizlet? Quizlet ist ein Karteikartensystem, ein digitales Karteikartensystem, das automatisch Quiz- und Aufgabenformate erstellt für die Schülerinnen und Schüler. Wir haben hier wieder einen Gamification-Aspekt dabei. Wir haben auch ein bisschen einen Wettbewerbsfaktor. Recht ähnlich sind die beiden Quiz-Tools Kahoot und Quizzes, die beide auch sehr ähnlich funktionieren, sind bei Lehrerinnen und Lehrer mittlerweile auch sehr beliebt. Wir haben hier zumeist das beliebteste Format vier Antwortmöglichkeiten und die Schülerinnen und Schüler müssen die richtige Antwort finden. Ein Vorteil von Quizzes und auch von Kahoot ist, man hat eine Ergebnisübertragung. Das heißt, man sieht auch, wie ist es den Schülerinnen und Schülern bei der Aufgabe gegangen und wo hat es besonders große Probleme mit Unterauch gegeben. Dann haben wir zu guter Letzt noch Vocaroo. Was ist Vocaroo? Vocaroo ist ein ganz, ganz einfaches Aufnahmetool, das eigentlich per einem Klick eine Aufnahme ermöglicht, die ich dann mit einem weiteren Klick ganz einfach abspeichern kann. Es wird mir ein Link generiert und diesen Link kann ich versenden, den kann ich auch in einem Forum posten und kann es so auch den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Gleichzeitig eignet sich dieses Tool auch dafür, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch einen Text mündlich zusammenfassen und diese mündliche Zusammenfassung dann auch den Lehrkräften ganz einfach zur Verfügung stellen. Eine weitere Möglichkeit ist das Glossar. Hier haben wir zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist aus der Mathematik. Hier werden zum Beispiel die beiden Symbole für und und oder zuerst vom Symbol in die Schriftsprache umgeformt und danach wird ein Beispiel für die Anwendung gegeben. Das zweite Beispiel, was wir hier haben, ist aus der Bevölkerungsgeografie. Hier wird in einem ganzen Satz ein Begriff erklärt, in dem Fall der demografische Übergang. Und im zweiten Fall haben wir dabei auch noch eine hilfreiche Grafik. So ein Glossar kann natürlich auch mehrsprachig geführt werden. Das heißt, Schülerinnen und Schüler können den Begriff auch in ihrer Muttersprache zum Beispiel hinschreiben, können auch eine Erklärung noch einmal in ihrer Muttersprache geben, damit es ihnen hilft, sich diesen Begriff besser einzuprägen. Ein weiterer Punkt bei der Wortschatzeneignung sind natürlich auch kognitive Operationen wie das Überordnen, das Unterordnen, das Zuordnen, das Umschreiben und auch das Erklären. Alles ganz, ganz wesentlich, um Begriffe und ganze Formulierungen auch nachhaltig zu speichern. Was wäre zum Beispiel eine Umschreibung? Eine Umschreibung wäre zum Beispiel der Begriff arbeitsunfähig, wenn man aus einem bestimmten Grund, sei es eine Krankheit oder auch eine Verletzung zum Beispiel, nicht arbeiten kann. Hier haben wir ein Beispiel aus dem Fach Rechnungswesen. Wir haben hier eine Aufgabe zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Wir haben hier Kärtchen mit Grundbegriffen. Was die Schülerinnen und Schüler hier machen sollen, ist einfach nur, sie sollen sich einen Überblick verschaffen und die Kärtchen in Gruppen sortieren. Danach sollen sie diese Kärtchen in einer sinnvollen Ordnung auf ein Plakat kleben und daraufhin sollen sie sich darauf vorbereiten, dieses Plakat zu präsentieren. Und hier geht es vor allem darum, auch erklären zu können, warum man die Begriffe so kategorisiert aufgeklebt hat. Dieses Kategorisieren, das Unterordnen, das Überordnen sind ganz, ganz wesentliche Prozesse, die das Lernen und das nachhaltige Speichern im Gehirn ganz, ganz wesentlich verstärken. Und dann natürlich noch die Einbettung in möglichst vielfältige kommunikative Situationen, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Was können solche kommunikativen Situationen sein? Rollenspiele zum Beispiel oder auch jegliche Form von Interviews, das kann man auch verschriftlichen lassen. Oder auch die Erstellung und Durchführung von Umfragen und zu guter Letzt natürlich auch Verkaufsgespräche. Das Lesen. Eine der wohl zentralsten Kompetenzen, die unsere Schüler und Schülerinnen mitbringen müssen. Ganz einfach, sie müssen unsere Angaben verstehen, sie müssen unsere Inputs verstehen, sie müssen daraus dann den Arbeitsauftrag ableiten. Und sehr viele Schüler und Schülerinnen haben hier einfach schon sehr, sehr große Probleme. Was wir auch täglich erleben und Lesen ist dementsprechend ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ein paar Fakten zum Thema Lesen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es in Österreich fast eine Million funktionale Analphabeten und Analphabetinnen gibt? Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen jetzt nicht lesen können. Das bedeutet aber, dass sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, komplexere Sätze zu verstehen. Geschweige denn Rechtstexte oder Parteiprogramme. Es gibt aber auch positive Dinge, wie zum Beispiel, haben sie gewusst, dass Lesen ihr Leben verlängern kann oder dass man es bis ins hohe Alter erlernen kann? Unsere Jugendlichen sind nicht ganz begeisterte Leser und Leserinnen. Zumindest gibt es hier immer wieder auch Statistiken dazu. Allerdings muss man auch sagen, dass es auch positive Statistiken gibt, sodass wir teilweise bei verschiedenen Umfragen auch ein wenig über unserem Schnitt liegen. Wie gehe ich jetzt als Lehrer oder Lehrerin mit Texten in meinem Fach um? Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten. Es gibt den sogenannten defensiven und den offensiven Ansatz. Der defensive Ansatz passt den Text an den Leser oder die Leserin an. Das heißt, ich vereinfache den Text, ich versuche den Text so zu gestalten, dass der Leser oder Leserin damit zurechtkommt. Gerade in einer Sekundarstufe 1 werde ich das natürlich stärker einsetzen. Ich werde versuchen, den Text so auszuwählen. Ich werde versuchen, vielleicht auch den Text zu kürzen. Wir wollen aber natürlich auch haben, dass die Schüler und Schülerinnen mit komplexeren Texten umgehen können. Wie erreiche ich das? Mit einem offensiven Ansatz. Ich versuche den Leser oder die Leserin an den Text anzupassen. Und dafür brauche ich Lesestrategien und vor allem auch Lesetraining. Und wir wollen jetzt einfach ein paar Beispiele herzeigen, wie man Lesen in jedem Fach unterstützen kann. Wir starten einmal mit der Vorbereitung durch die Lehrkraft selbst. Das heißt, man wählt einen Text aus und man kann sich ein bisschen vorstellen wie beim Kochen. Ich habe verschiedene Zutaten, die müssen zuerst einmal geordnet werden. Ich könnte diesen Text zum Beispiel in Unterkapitel gliedern, dass für die Schüler und Schülerinnen eine Struktur vorhanden ist und der Text nicht als zu lange, zu komplex und vor allem zu unübersichtlich dargestellt wird. Ich könnte im Vorfeld ein Glossar anlegen mit zentralen Begriffen, die vorkommen, von denen ich ausgehe, dass die Schüler und Schülerinnen Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen. Ich könnte Bilder und Grafiken im Vorfeld schon suchen, die den Text erläutern, die vielleicht das Verständnis ein bisschen unterstützen können. Und ich überlege mir im Vorfeld schon Fragen und Aufgaben zu diesem Text passend. Dann das Lesen selbst. Bevor wir aber diesen Text jetzt tatsächlich den Schüler und Schülerinnen zum Lesen geben, gibt es ein paar Möglichkeiten, um im Gehirn Anknüpfungsprozesse schon im Vorfeld zu starten. Das könnten zum Beispiel sein, indem ich einfach Vorwissen aktiviere. Das heißt, bevor ich Ihnen den Text austeile, gebe ich Ihnen das Thema bekannt und die Schüler und Schülerinnen versuchen sich zu erinnern, was weiß ich über dieses Thema bereits. Ich könnte Leseerwartungen aufbauen. Was könnte in diesem Text drinnen stehen? Ich könnte Hypothesen erstellen. Was glaubt ihr, wird der Text wohl aussagen? Was glaubt ihr, wird die Lösung sein? Was glaubt ihr, werden die Fakten in diesem Text sein? Ich könnte schon die Schüler und Schülerinnen im Vorfeld Fragen an den Text stellen lassen und ich könnte natürlich auch Bildmaterial im Vorfeld geben, um die Schüler und Schülerinnen wieder anzuregen, sich schon im Vorfeld mit dem Text zu befassen. Das hat das Ziel, dass ich so etwas wie eine Leseerwartung steigere. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen werden vielleicht mit mehr Interesse an diesen Text gehen und sie können die Inhalte dieses Textes besser verknüpfen, weil die gewissen Gehirnareale schon aktiviert sind. Und sie wissen, es wird in diese und jene Richtung gehen und hier können Verknüpfungen dargestellt werden. Die Aktivitäten während des Lesens. Ich bin meistens in den Unterricht reingegangen, habe den Text ausgeteilt und habe gesagt, liebe Schülerinnen, bitte lest es euch durch. Manche waren nach fünf Minuten fertig, andere haben nach 15 Minuten immer noch gelesen. Meine Aufgabenstellung war auch nicht klar. Welche Art von Lesen möchte ich eigentlich von Ihnen? Was genau erwarte ich von meinen Schülern und Schülerinnen, wenn ich sage, lesen Sie diesen Text? Dazu müssen wir mal klären, welche Lesearten gibt es eigentlich? Wir unterscheiden hier zwischen dem orientierenden Lesen, dem selektiven Lesen, dem intensiven Lesen und dem zyklischen Lesen. Was ist das orientierende Lesen? Dieses orientierende Lesen wird auch Skimming genannt. Das bedeutet, man verschafft sich einfach nur einen Überblick. Worum geht es eigentlich im Text? Dann haben wir das selektive Lesen, das suchende Lesen, wo es um ganz bestimmte Informationen in einem Text geht. Dann haben wir das intensive Lesen, das detaillierte Lesen. Das bedeutet, ich lese einen Text so oft und so lange, bis ich ihn tatsächlich auch im Detail verstanden habe. Und dann zuletzt habe ich auch noch das zyklische Lesen. Was bedeutet das? Das ist eigentlich der Prozess, der hinführen soll zum Textverständnis. Das heißt, ein Text wird mehrmals gelesen, vielleicht auch mit verschiedenen Übungen untermalt, damit er dann auch wirklich verstanden wird. Welche Möglichkeiten gibt es während des Lesens? Ganz, ganz wichtig ist das Ausbilden von sogenannten Verstehensinseln. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man die Wörter markiert oder auch die Formulierungen, die man zu 100 Prozent versteht. Das kann bei einem Sachtext, bei einem komplexeren durchaus auch eine Herausforderung sein, wenn die Schülerinnen und die Schüler zum Beispiel zum ersten Mal mit so einer Art Text konfrontiert sind. Dann eben die schon erwähnte zyklische Bearbeitung. Das bedeutet auch, Fragen zum Text zu beantworten, vielleicht auch Überschriften zu finden oder auch Lücken zu ergänzen. Und dann haben wir das Textschwärzen. Was bedeutet Textschwärzen? Ist das Gegenteil von dem Unterstreiche bitte das Wichtigste? Wir alle kennen das, Lehrbücher, die in Neongelb leuchten, weil alles unterstrichen wurde. Textschwärzen bedeutet, man streicht alles weg, was nicht wichtig ist. Und Sie werden sehen, die Schülerinnen und Schüler werden sich sehr, sehr viel schwerer tun damit, das wegzustreichen, was sie tatsächlich für nicht wichtig halten, als das zu unterstreichen, was wichtig ist. Weil was einmal geschwärzt ist, ist weg. Eine ganz, ganz wesentliche Übung während des Lesens ist es auch, den Text in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Das kann einerseits bedeuten, Absätze in die richtige Reihenfolge zu bringen oder auch Sätze innerhalb eines Absatzes in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und zur Gliederung von Texten gehören natürlich auch teilweise Absatzüberschriften. Man kann jetzt diese Absatzüberschriften zum Beispiel auch zuordnen lassen oder man kann die Schülerinnen und Schüler auch passende Absatzüberschriften finden lassen. Nun kommen wir auch noch zu den Aktivitäten nach dem Lesen. Was sollen wir oder können wir noch nach dem Lesen machen, um zu gewährleisten, dass mit dem Text auch in Folge gearbeitet wird und gearbeitet werden kann? Wir können eben Aufgaben erfüllen lassen, zum Beispiel auch Fragen oder auch einen Text zusammenfassen lassen. Oder wir können Schülerinnen und Schüler auch Fragen selbst erstellen lassen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler im Gehirn ja schon die Antwort formuliert haben. Das heißt, sie haben beides und Studien haben belegt, dass wenn man Schülerinnen und Schüler selbst Aufgaben und Fragen erstellen lässt, dass dann die Behaltensleistung im Gehirn viel, viel höher ist. Die Reflexion des Gelesen ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es sollen auch nochmal Unklarheiten geklärt werden. Es soll der Inhalt des Textes auch nochmal analysiert und hinterfragt werden, damit auch wirklich geklärt wird, das, was alles nicht verstanden wurde. Und dann kommen wir schon zum Folgeprodukt. Das kann mitunter zum Beispiel ganz einfach eine mündliche Zusammenfassung sein oder eben auch eine Form von schriftlichem Text. Schreiben. Eine zentrale Fertigkeit, die aber in fast allen Fächern zu kurz kommt. Warum ist das der Fall? Ich würde Ihnen gerne eine kleine Fehlersammlung zeigen. Da geht es nicht darum, dass wir uns jetzt über Schüler und Schülerinnen lustig machen, aber das sind so kleine Stilblüten, die Kolleginnen und Kollegen gesammelt haben. Den Kontoauszucker verstehen wir ja noch, wenn wir manchmal auf das Konto sehen. Mein Favourite ist die singende Geburtenratte, also das musikalische Nagetier. Ich würde Sie jetzt aber einladen, einmal bitte diesen Satz hier zu lesen oder diese zwei Sätze aus einer Diplomarbeit. Wir sind hier immerhin in der 13. Schulstufe. Wenn Sie Probleme beim Sinngehalt dieses Satzes haben, die haben wir auch. Und das ist einer der Gründe, warum viele Kollegen und Kolleginnen von mir immer mehr dahin gehen, dass sie Antworten mit nur einem Wort akzeptieren, dass sie Multiple-Choice-Tests machen, weil sie einfach merken, wie große Schwierigkeiten unsere Schüler und Schülerinnen haben, sich tatsächlich schriftlich in ganzen Sätzen auszudrücken. Das Problem ist nur, dass wir damit den Schülern und Schülerinnen auch keine Unterstützung geben und das auch nicht beheben, dieses Problem, dieses Manko, sondern eigentlich das Akzeptieren und damit weiterleben. Wie kann man jetzt Schreiben sinnvoll unterstützen? Auch hier wiederum eine gewisse Struktur, die man einhalten kann. Es startet vor allem einmal mit der Planung. Das heißt, man sollte Schüler und Schülerinnen nicht den Stift in die Hand geben und bitte schreibt jetzt, sondern Schüler und Schülerinnen sollen vorher eine gewisse Struktur im Kopf haben und dann darauf aufbauend einen Text erstellen. Eine Möglichkeit ist, mit einem Brainstorming einzusteigen und einfach mal Begriffe zu sammeln zu einem Thema, über das ich schreiben möchte. Eine erste Form der Struktur gibt mir der Ideenstern. Ein größerer Stern, am besten auf einem Blatt ausgedrückt. Ich habe den zentralen Begriff in der Mitte und die verschiedenen Spitzen des Sterns sind Aspekte dieses Begriffs. Schüler und Schülerinnen sitzen im Kreis und können zum Beispiel verschiedene Aspekte hier eintragen. Man kann es weiterdrehen und Schüler und Schülerinnen können es noch ergänzen. Was erzeuge ich damit? Ich habe schon eine gewisse genauere Struktur, die kann ich noch unterstützen mit Markieren und Verbinden. Das heißt, die zentrale Begriffe werden unterstrichen, werden verbunden und damit herausgehoben. Das bedeutet gleichzeitig eine gewisse Hierarchisierung. Das heißt, ich gebe dem Ganzen schon eine Struktur. Das könnte bis hin zu einem Mindmap gehen. Ein Mindmap hilft mir schlussendlich, dass ich eine Struktur habe, was ich überhaupt schreiben möchte. Und das ist das Sinnvollste, um überhaupt mit einem Schreibprozess zu starten. Die nächste Frage oder die nächsten Bereich ist die Texterstellung. Und da ist natürlich die berechtigte Frage, ich habe jetzt das Fach Mathematik, ich habe das Fach Physik. Was soll ich hier schreiben lassen? Wie finde ich überhaupt Schreibanlässe? Es gibt in jedem Fach genügend Schreibanlässe. Man könnte zum Beispiel Fragen an einen Text stellen, möglichst offene Fragen, die auch mit ganzen Sätzen zu beantworten sind. Man könnte Interviews verschriftlichen von Experten, Expertinnen, die sich über ein Thema unterhalten. Der Wechsel der Darstellungsform ist ein zentrales Element, das ich in ganz, ganz vielen Fächern anwenden kann. Ich habe eine Statistik, ich habe eine Grafik, ich habe eine Karte, ich habe eine Karikatur und ich lasse diese Darstellung in ganzen Sätzen niederschreiben. Ich lasse sie verbalisieren. Für die Schüler und Schülerinnen eine sehr komplexe, aber irrsinnig wichtige Übung, die sie auch zentral benötigen und eigentlich in allen Fächern üben sollten. Texte zusammenfassen zu lassen, ist in einem Fach wie meinem Geschichte relativ häufig der Fall. Macht in einem Fach wie zum Beispiel Mathematik wenig Sinn. Also man merkt auch schon, dass es verschiedene Schreibanlässe in verschiedenen Fächern gibt. Aber ich habe viele Kollegen, Kolleginnen, die zum Beispiel Textaufgaben in Mathematik von den Schülerinnen selbst erstellen lassen. Ein letzter Punkt wäre zum Beispiel Verläufe protokollieren. Wir sehen im Fach Physik, Chemie, es wird ein Versuch durchgeführt und die Schüler und Schülerinnen versuchen, diesen Ablauf, den sie gesehen haben, den sie durchgemacht haben, den sie vielleicht selbst erlebt haben, in einem Protokoll niederzuschreiben, zu verbalisieren wiederum. Lässt sich zum Beispiel auch bei der Programmierung eines Computerprogramms nachspielen, dass sich dieses Struktogramm in einen Text übertragen kann. Und so hätte man in jedem Fach mögliche Schreibanlässe gefunden. Aber wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler jetzt auch dabei unterstützen, dass sie Texte verfassen lernen und Texte verfassen können? Ein ganz wesentlicher Punkt sind Mustertexte. Das sind auch Vorlagen. Was ist aber wichtig dabei zu bedenken? Dass, wenn man Schülerinnen und Schüler Mustertexte gibt, dass sie auch sinnvolle Textstellen, die sie vielleicht auch benötigen, sinnvolle Formulierungen unterstreichen und mit diesen Formulierungen dann auch tatsächlich arbeiten. Was auch hilfreich sein kann, ist natürlich ein Klossar zur Verbesserung des Ausdrucks. Hier werden hilfreiche Formulierungen in einem Klossar gesammelt und dieses Klossar darf dann auch bei der Produktion, beim Schreiben des eigenen Textes, als Hilfestellung verwendet werden. Ganz wesentlich sind natürlich auch Übungen zum Satzbau und zu Satzzusammenhängen. Das heißt auch einen Satzglieder in die richtige Reihenfolge bringen oder auch Sätze in die richtige Reihenfolge bringen. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und eine weitere Hilfe sind Satzanfänge. Hier haben wir ein Beispiel. Und zwar Satzanfänge zu einer Aufgabe zum Thema Menschenrechte. Die Schülerinnen und Schüler sollen selbst Menschenrechte formulieren. Und hier haben wir eben die Angabe, um eine gute Formulierung zu finden, können auch folgende Satzanfänge verwendet werden. Und was soll hier damit gemacht werden? Hier soll quasi dieses, wir haben es hier in der Grafik abgebildet, zarte Pflänzchen der Fähigkeiten der Schülerinnen des Schreibens unterstützt werden, damit daraus dann auch eine richtige Pflanze wachsen kann. Eine weitere Möglichkeit ist der sogenannte Satzbaukasten. Hier haben wir einen ganz einfachen Satzbaukasten zum Fach Mathematik, wo es um die Grundrechnungsarten geht. Das kann man natürlich auch viel komplexer machen, indem man für jede einzelne Kategorie mehrere Unterbegriffe hat und somit auch mehr Satzkombinationen möglich sind. Wann ist das wichtig? Das führt sehr, sehr kleinschrittig in kleinen Schritten in die Fachsprache hinein und erleichtert besonders im Anfängerunterricht das fehlerfreie Sprechen und Schreiben. Nun kommen wir zur Überarbeitung. Das ist ein Punkt, der sehr oft und sehr gerne vergessen wird. Dieser Punkt ist aber sehr zentral und sehr wichtig. Man hat etwas gebaut, man hat etwas geschaffen, man hat einen Text geschrieben und jetzt wird er verbessert. Man sollte nie ein Schreibprodukt einfach nur abgeben, sondern man sollte es unbedingt auch überarbeiten. Welche Möglichkeiten habe ich nun, einen Text zu überarbeiten? Ein Punkt ist zum Beispiel das gegenseitige Korrekturlesen. Hier schlüpfen die Schülerinnen und Schüler eigentlich in die Rolle der Lehrperson und sollen Texte anschauen von anderen Schülerinnen und Schülern. Wichtig ist dabei natürlich eine konstruktive Atmosphäre, damit hier auch eine positive Feedbackkultur herrscht und die Schülerinnen auch wirklich voneinander lernen. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer Fehlersammlung, die ist im besten Fall auch anonymisiert natürlich. Das bedeutet, hier werden ganz typische fehlerhafte Äußerungen gesammelt und die Schülerinnen und Schüler sollen diese fehlerhaften Äußerungen dann auch miteinander korrigieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Fließbandkorrektur. Was bedeutet das? Jeder Schüler, jede Schülerin erhält ein eigenes, ein Kriterium eines Textes. Das kann zum Beispiel sein die Groß- und Kleinschreibung. Das kann aber auch sein einfach nur die Sattstellung. Und korrigiert genau dieses eine Kriterium von einem Text und dann bekommt der Schüler, die Schülerin dann den nächsten Text zur Verfügung gestellt. Eine autonome Möglichkeit ist die Checkliste. Hier geht es darum, dass die Schülerinnen mit einer Checkliste versorgt werden und zwar mit den wichtigsten Punkten, die es zu berücksichtigen gibt, wenn sie diesen Text schreiben. Und sie sollen quasi mit diesem Text, den sie geschrieben haben, dann auch nochmal wirklich zyklisch bearbeiten und sollen anhand der Checkliste die Punkte überarbeiten, auf die sie besonders achten sollten. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch Schreibkonferenzen. Das ist eine Form des kooperativen Schreibens. Hier werden mehrere individuell verfasste Texte zusammengefasst zu einem Text. Was wird dazu vorher gemacht? Dazu werden alle gelungenen Passagen aus den verschiedenen Schülerinnen-Texte werden nochmal markiert und werden dann letztendlich zu einem gemeinsamen Schreibprodukt gemacht. Sie haben jetzt sehr, sehr viele Werkzeuge von uns vorgestellt bekommen und ich hoffe, Sie sind jetzt nicht frustriert, weil das nach sehr, sehr viel Arbeit klingt. Ein paar Punkte vielleicht auch zur Beruhigung. Sie müssen nicht immer alle diese Werkzeuge einsetzen. Das ist auch wenig sinnvoll. Nützen Sie die Werkzeuge, die Ihnen für Ihr Fach sinnvoll erscheinen. Der zweite Punkt, weniger ist mehr. Seitdem ich mich mehr mit diesen Dingen beschäftigt habe, lese ich weniger Texte in meinem Unterricht. Dafür versuche ich aber, dass die Schüler und Schülerinnen sich länger mit diesem Text befassen oder auch mehr Zeit mit dem schriftlichen Produkt verbringen und das auch überarbeiten. Und der dritte Produkt oder der dritte Punkt ist, Sie müssen das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Sehr viele dieser Materialien existieren bereits und hier auf dieser Seite sprachsensiblerunterricht.at finden Sie sehr, sehr viele Materialien zum Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 Bereich aus den verschiedensten Fächern. Und in diesen Materialien sind genau diese Werkzeuge auch angewandt. Das heißt, schauen Sie mal rein, vielleicht finden Sie etwas, was genau zu Ihrem Unterricht passt. Und am Ende unseres Videos wollen wir nochmal auf die Literatur und die Links verweisen, die wir für unseren Vortrag verwendet haben. Gleichzeitig möchten wir auch auf unsere Kontaktadresse verweisen, unter der Sie uns erreichen können, sollten Sie Interesse haben an Vorträgen oder auch an Seminaren. Und hier finden Sie auch noch die Links zu den Anwendungen, die wir in unserem Video vorgestellt haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie viele dieser Anwendungen einmal im Unterricht auch ausprobieren oder auch viele von unseren Methoden, die wir in unserem Video genannt haben. Und zu guter Letzt wollen wir mit einem Zitat schließen, mit dem wir auch gerne unsere Seminare und Vorträge beenden. Und zwar ist das ein Zitat des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Untertitelung des ZDF, 2020